Nachdem Count Dooku und sein Sith-Meister im Geheimen die Schaffung der Klonarmee von Jedi-Meister Sifu-Dyas übernommen hatten, steckten sie hinter der Schaffung der großen Armee der Republik, der ultimativen Falle, um die Zerstörung des Jedi-Ordens und den Aufstieg von Palpatines galaktischem Imperium herbeizuführen. Was bis jetzt aber noch immer nicht bekannt war, ist die Tatsache, wie eigentlich Kopfgeldjäger Jango Fett ins Spiel kam, also wie Count Dooku auf den Kopfgeldjäger aufmerksam wurde. Und genau dies beantwortet jetzt ein neuer Star Wars Comic. Wie in Ausgabe 4 des neuen Jango Fett Comics zu sehen ist, erfüllte der legendäre Kopfgeldjäger einen Auftrag, nämlich das gestohlene Artefakt namens Die Hoffnung von Glee Anselm zurückzuholen. Dass die rivalisierenden Spezies Anselmis und die Nautolana wieder miteinander vereinen sollte. Vor den Ereignissen von Episode I Die Dunkle Bedrohung spielend, gelang es Jango Fett, das Artefakt zu bergen und gleichzeitig dessen Verwendung in einer großen Verschwörung aufzudecken, die darauf abzielte, das Amt des obersten Kanzlers Valorum des republikanischen Senats zu diskreditieren und zu demütigen. Jango behielt diese Information jedoch zunächst für sich, was den Mann beeindruckte, der hinter der ganzen Krise steckte, nämlich niemand geringeres als Count Dooku. Beeindruckt von Jango Fett, hatte der legendäre Kopfgeldjäger Dookus Interesse geweckt und bestätigte, dass der geheime Sith Lord zum ersten Mal von Jango und seinem guten Ruf erfahren hatte. Wie in dieser Ausgabe von Jango Fett enthüllt wurde, steckte Count Dooku hinter der ganzen Verschwörung um den Diebstahl dieses Artefakts, das von der Republik geschenkt wurde, um den Frieden zwischen den Anselmis und den Nautolanern zu fördern. Der Diebstahl jedoch brachte Kanzler Valorum in große Verlegenheit, dessen Amt aufgrund der durch Darth Sidious Unterstützung erstarkten Handelsföderation bereits in Bedrängnis geraten war. Diese inszenierte Krise wurde also absichtlich herbeigeführt, um Valorums Autorität im Senat weiter zu diskreditieren und zu schwächen, um so den Weg für Palpatine zu ebnen, der schließlich zum neuen obersten Kanzler gewählt wurde, wie in die dunkle Bedrohung zu sehen war. Jango Fetts effiziente Arbeit, seine Professionalität und weil er den Mund über die wahren Aktivitäten seines Auftraggebers hielt, wurden zu einem Bonus für Dokus gesamten Plan. Schließlich wurde Jango nicht lange nach dieser kanonischen Serie von Dooku für den wichtigsten Job angeheuert, den er je übernommen hatte. Er wurde die genetische Vorlage für die gesamte Klonarmee, die im Geheimen für die Galaktische Republik geschaffen wurde. So bestätigt diese neue Comicserie, warum und wie Dooku überhaupt auf Jango aufmerksam geworden war. Abgesehen von seinen Fähigkeiten als Mandalorianer, war Dooku in Jango Fett Ausgabe 4 eindeutig von Fetts Diskretion angetan, da er wusste, dass er sich nicht mit den kleinen Details seines Jobs befassen musste. Obwohl Jango Fett immer nur mit einem Mittelsmann gearbeitet hatte, ist es spannend, den Moment zu sehen, in dem er im aktuellen Star Wars Kanon offiziell in Dokus Blickfeld geriet. Es ist jetzt also klar, dass dieser Job eine entscheidende Rolle in den Plänen von Count Dooku und seinem Meister spielte, noch bevor die Klonkriege überhaupt begonnen hatten. Und damit wären wir mit diesem Video auch wieder am Ende angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin gespannt, was ihr da?